1. 1. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Extremes. Hi. Hi Newton. Willkommen. Ja, lass uns da hin. Direkt hingehen und einfach mal instant. Lass mal kurz einen kurzen Prozess machen. Ja, wir können auch ein bisschen Leder holen. Ey, komm mit der Zeit. Leder haben wir doch, glaube ich. Maler Place ist auch drin. Okay. Lass uns Schweine aber nicht wieder reinlaufen. Okay, ich habe drei Fleisch jetzt. Warte, da vorne ist noch ein Fleisch. Ich brauche noch mehr. Wir brauchen nicht nur drei, das ist wenig. Ja, ja. Komm mit, wir laufen mal hier. Jede Sekunde zählt, weißt du? Jede Sekunde zählt. Ah, ich weiß. Das ist ein Hase. Wollen wir da drüben langlaufen? Ein Hase gibt kein Fleisch, glaube ich. Selten. Wollen wir mal da vorne langlaufen, da wo es grün wird? Ich habe gar nicht mehr so viel essen, weißt du? Ich habe nur noch ein Brot, das war's. Und ein bisschen Fleisch. Ich habe aber auch drei Goldäffeln. Wie viele Goldäffeln? Ja, ich esse aber auch keine Goldäffeln. Weil es ist ein sichtlich für einen Kampf. Wie viele hast du aber? Drei. Okay. Okay, da hat jeder drei schon mal. Wir gehen aber jetzt nicht hin. Ach, hier ist noch ein Schwein. Ach, hier ist noch ein Schwein. Okay. Ich habe ein bisschen, ich nehme mal ein paar Federn für Pfeile. Nein, nicht anbrennen. Scheiße. Scheiße, das war ein bisschen zu viel. Da sind wir hier rein. Da, wo, da, oh ja, man kann ja die Schuhe nehmen. Ich kann mal wieder. Es ist so schön mit diesen Schuhen, ey. Hm. Ich habe, wir haben ja einen Sattel, oder? Haben wir einen Sattel? Hm. Doch, haben wir, oder? Ich habe auch eine Dier-Fertung. Na, kann man auch schon was Gutes sagen. Bisschen Ei. Der war auf Federn. Wir brauchen sehr viel Federn und... Da vorne, da vorne ist, ne, ist ja alles. Da kommt jeder raus, oder? Ist doch kaputt, ja. Ja. Da sind Schaf, das habe ich mit. Leute, es hat mir auch letztens... Ist dein Ernst? Ich wollte es gerade anfackeln. Ja, hier ist ein Hühner. Ich töte die Hühner. Weil Hühner sind One-Head, das können wir nicht so leicht braten. Okay, dann. Brauchen wir immer. Da ist was. Wollen wir uns Pilzen machen? Weil hier oben ist so ein Pilzbaum, da könnten wir... Hier ist ein Schaf. Oh, wo. Wir müssen eigentlich ganz schnell wieder unter die Erde. Komm. Wir müssen nicht mehr unter die Erde, wir haben nur Feuer und das ist gar nichts. Ja, wir müssen hier drüben lang. Ja, hier drüben wird's grüner. Wir müssen mehr so in der Nähe von spawnen. Warum? Wird du kriegen? Also wird du gegen welche kämpfen schon? Keine Ahnung. Oh, ich hab die Namen erahnen. Scheiße. Darf man ja nicht. Als ob. Das ist gerade ein Herz gewesen. Komm mal mit, wir gehen hier hinten lang. Nicht in die Nähe vom spawnen. Zu gefährlich. Ne, geh da mal ein bisschen. Wo bist du? Achso. Ah, du bist wieder zurück. Ja. Gute Idee. Ja, die Tünen waren noch Tiere. Ah. Ich brauch auf jeden Fall langsam auch mal ein bisschen Level. Oh Gott. Wir haben ja schon mal komplett Enchanted. Ja, das ist schon gut, aber wir brauchen auf jeden Fall noch etwas. Kommst du oder ist da oben bei dem Haus jemand? Ja, da ist niemand. Hab grad gedacht. Ich denke nicht, dass da jemand ist. Es wird gleich dunkel. Ach schon. Ich sprintjumpe jetzt mal nicht. Ich sprinte nur. Ich würde diese Autodump-Funktion haben irgendwie. Das kann ich dann wegwerfen. Warum alles? Ah, Holz kann man uns immer sowieso besorgen. Das ist nicht wichtig. Wollen wir eigentlich lieber eine Weizenfarm unter der Erde machen? Wie das wird? Ja, wir müssen uns auch auf die Koordinaten achten. Haben wir eigentlich Weizen? Komm mit. Komm mit. Weizen hab ich. Wasereimer haben wir? Ja, hast du auch einen wasereimer haben? Ja klar, wasser immer ist da? Es ist ein Teich. Dann haben wir mal eine unterirdische Farm. ja wir haben auch nicht mal ich habe nichts mehr so erst ich habe nur ein brot das war's und schweine die sind nur schaffe und schweine ja töte sie alle da leuchtet was ist unsere hülle und dadurch was sollten aufpassen auf creeper achte auf creeper okay hatte letzte folgende creeper problem ist noch mehr kür millionen samen hebe ich mir lieber mal auf wir haben noch ein feuerbuch weiß ja das können wir ja eigentlich drauf machen auf den schwert ja der schlechter pp ist gebraucht und kann uns vorher schon nehmen brauchen wir eigentlich fehlen immer die fäden mit als mit dem bogen machen oder eine angel die kunst eigentlich konnte theoretisch angeln angekraft und damit können wir uns essen machen ja ich habe zu besuch kommt also ich würde sagen wir können uns so ein fischerhütte bauen und angeln können wir essen doch immer richtig viel essen durch angeln aber angeln dauert länger und angeln ist so ungeschützt wir bauen uns hinter uns einfach was zu achte 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 wasser wasser das kann doch nicht mal was haben wo bist du hier hinter dir hinter dir ach so also wir sollten uns wirklich wir haben echt keinen oberen timosblick mehr da ist noch da ist noch ein creeper aber den können wir auch runter schubsen im wasser außerdem leute nicht ohne dass letzte folge letzte folge also gestern okay da tun wir es noch eine nacht auf creeper weil hier sind sie super gute amt ich bin jetzt ich will ich bin jetzt nicht viel regel der sich einfach rein stellt wir brauchen langsam wirklich essen ich habe noch fünf hunger kommen jetzt ich feiere und dann ist doch dann ist doch was habe nun zwei fleisch nicht essen ist das hier gebraten das kriegst ja dann gebraten das gleich ja ich weiß du hast recht wir brauchen auf jeden fall feuerschweck ich werde da haben wir mehr vorteile ja ich komme hier hier ist ein ding sie sollten eigentlich viele nahrungs slimes von hier diese spinne verfehlen also drei spinnen und für wölle und für spinnen auch ja auch können wir uns tränke machen aber wir dürfen ja nicht auch wir dürfen ja gar keine speed tränke und so nehmen wir dürfen nur heilungs tränke und schwäsche tränke machen da sind wir ja hühner sind gut weißt du warum wir brauchen ein bisschen federn wir müssen auch mal ein bisschen produktiv werden wir brauchen mehr feile wir brauchen erst mal ein bisschen feile bin hier auf dem baum wir haben auch keine feile erst mal da richtung sumpf laufen dass wir hier hinten lang laufen lassen zorn war mein wasser ist gleich leer komm mal zu mir ich bin auf dem baum ja ich bin hier ich bin hier also heute nicht schlimm hat nichts geschadet hatte ich gut tat ich hat mich gut tat wir müssen uns wenn dann schärfe also wir müssen uns wenn dann hier später mal mal jemandem mehr schaden viel mehr schaden hier ist eine höhle lass mal in die höhle gehen und dann unser essen lassen wir praten ja wie viel essen hast du eigentlich ich habe fünf von denen also ich habe insgesamt gut lass uns erstmal hier einbauen ja essen fahren ist wichtig weil es aber erst nach der kommt spawn weniger tiere mehr monster stimmt das recht hoch bauen wir sind mit der reihe kommen ja ich komme bist du ja bist du runter gegangen bist du da für zehn jahren bist du ja genau nicht ganz runter ok was noch eins runter hast du mal sein die sie jetzt hier runter alles mit lg macht man jessenschaft minenschacht hast du überlebt ja ja komm mal runter hier ist ein minenschacht das kommt ein zombie wo bist du machst du eine facke und gerade das essen hier hat der frauen zu einem wie hat ihn drei fragen ich habe ich kann nicht mehr spründen gott sagte wir wollen jetzt nicht sterben die jrp alter ich habe nur drei hunger können kann ich mal spründen wenn wir dann das erste ich habe echt essen probleme ich brauche eins ich habe da noch zwei sachen hast du auch noch was nein lass mich mal den rest auch geben wie viel hast du noch was anderes gebraten kann ich kann noch was anderes ich habe noch schicken ich habe auch mal ein schicken wein schicken haben wir drei und wir können millionen anpflanzen das millionen sagen ja gut ich kann es nicht machen mit lohn kann man richtig viel händen hast du knochenmehl das ist mal hier eine farm bauen die ist ein bisschen rebel ja ich habe auch nachgeguckt leute habe ich ja schon mal gesagt eigentlich du dir noch den was erde hast du ja da ein bisschen wir waren die millionen sagen hast du ein bisschen holz soll ich mit clean stone zu bauen wir bleiben erst mal hier ein bisschen erkunden diese mine dann naja die mine kann uns ja auch sehr viel bringen hier kann ja auch essen drin sein ja also leute ein bisschen farben müssen wir trotzdem oh gott nicht rein stellen ich war mit clean stone hat es mir ein bisschen holz geben vielleicht ja ja nice shit wir haben echt probleme mit den ganzen sachen warte was habe ich denn alles in meiner ender chest eigentlich drinnen ich habe noch fünf dias in meiner ender chest ich weiß nicht was ich wegwerfen soll ich mein tun du bist du ein bisschen was in meiner ender chest also ich habe eh schon ja oder also ja okay sooo schön ach ich meine wie dumm mann diese erde ja voll warte ich brauche kurz die mine ist eigentlich echt gut naja bei mine gibt es essen machst du jetzt die melonen ja ich fahre uns hier an wachsen wir in der Erde stellen eine fackel daneben du musst eine fackel daneben stellen glaube ich ja du bist der expert hier eigentlich wäre ich das aber pack jetzt mal hier alles mal rein was wir nicht mehr brauchen ne weil wir brauchen das schutzbuch könnten die schutzbücher könnten wir noch gebrauchen ja lass mal das eisen braten wenn du auch ein bisschen eisen hast ey ich nehme noch die bücher raus hab ich schon pack mal das eisen raus äh pack mal mach mal was in den ofen was in den ofen mein eisen ja warte ja und mein gold mein gold könnte ich auch noch braten ich hab noch ein bisschen los ja ein bisschen platz brauchen wir auch ein bisschen ok retarded hier machen wir brauchst du ein bisschen kohle ja wo ist deine kohle du hast doch du hast sie doch locker rausgenommen nö ich hab keine kohle doch 15 habe ich dann packst du mal mach mal hier rein mal weiter verteile sie mal ok hast du schon super pass auf wir haben jetzt ein bisschen eisen 30 eisen können uns also ein ambos machen wir können uns also ein ambos machen das ist unser nächstes für ihr ein ambos also leute das war schon die folge leider und sehen uns in der nächsten folge leider tut mir leid dass die film zur aufnahme also folge 5 leider nicht kam aber dafür kommt dafür ich nehme einfach das video von newton und hoffe ihr euch gefallen und auf wiedersehen und ciao ciao ciao